Hallöche meine lieben Villager Buddies und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels. Ich hab mir gedacht, die letzte Happy Wheels Folge ist locker schon ein Jahr her, deswegen nehm ich das Ganze einfach nochmal auf. Ich hab die Steuerung schon so halb wieder verlernt, aber ich denke, wir fangen einfach erstmal mit diesen Featured Levels hier an, mit Subway Rampage. No Susan, they got Nuggets, McDonald's only 50 Cent, so hold on, okay, press BASE. Oh. Digga, warte. Okay, anscheinend wir sind in dieser Bahn und der hat gerade geschrieben bekommen, dass es McDonald's, dass McDonald's, McNuggets im Angebot hat. BAND DONA, HUUU. Dieses Spiel hat sich einfach kein bisschen verändert. Aber das war uns natürlich viel zu einfach, wir spielen jetzt Segway Ball. Wenn ihr irgendwelche coolen Level-Ideen habt, könnt ihr mir die auch einfach zusenden. Und zwar, ihr könnt irgendein Level machen und das irgendwie Con-Crafter nennen oder so, dann spiele ich das vielleicht. Ich glaube, ich muss die Bombe hier so ein bisschen hochhalten. Ach, ich muss die eben rüberkicken. Nein. Oh, verdammt. Jump to start. Und jetzt kicken wir die Bombe einfach direkt rüber. Nein, 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 nein. Wo ist sie? Nein, die ist... Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Geh doch. Nein. Okay, ich glaube, ich habe die perfekte Taktik. Ja, sie ist drüben, sie ist drüben. Okay. Ah. Ey, der ist ja richtig gut. Das ist ja ein richtiger Profi in diesem Spiel. Komm schon. Ja, der war spitze. Den, den, den kriegt er nicht. Uu, 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 uu. The Anti-Rob-Explaner. Äh, where, where am I? Wo bin ich? Yeah. Okay, ich versuche jetzt mal... Eventuell schaffen wir das Ganze auch ohne, dass wir uns ein Bein brechen. Das wäre natürlich ein Vorteil. Juhu. So. Erst mal lesen. Hier, okay. Capsule 72. What's that? Go Marketing. You need to activate this door before you can open it. Okay, what's going on here? Alter, guckt euch mal, was ist das für ein Vieh da oben? Okay, ich bin im Fahrstuhl. Ich will hier eigentlich gar nicht weiter. Da ist so ein komischer Typ an der Wand und der hat Spiere in sich drin. Ach, damit hatte ich schon immer Probleme mit dem drüberspringen oder irgendwelche Sachen. So, okay. Freedom! Okay, ich fahre immer hier einfach zurück. Ey, dass wir immer irgendein Körperteil verlieren müssen. Da hängt schon wieder so eine Fotze rum. Alter. Ist es denn wahr? Okay, die Tür ist anscheinend jetzt aktiviert. Gate activated. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück. Irgendwie wieder zurück? Ah, wir können einfach hier wieder zurück. Uuuuh, no Robots. Alter, alter, alter. Das war aber richtig knapp. Ich weiß nicht, ob ich da untergehen soll. Ich habe mein Bein ja auch schon verloren. Ich weiß nicht, ich will mein zweites Bein hier auch noch verlieren, Digga. Ja gut, hab ich gesagt, dass er da erstmal rumheckt. Ja gut, das habe ich. Ich fahre mir über meine eigenen Beine. Das hört sich richtig abartig an. The robots are taking over the world. We need you to help us. We lost many people. You need to find a way to destroy your robots. Okay, die Roboter haben die Weltherrschaft übernommen. Und wir sollen die irgendwie zerstören. Ohne Beine. Okay, ich komme ja halt nicht mal hoch ohne Beine. Ich schaffe das. Das ist ja mal, ich, ich, also diese Grafik ist ja echt mal, da muss man sagen, ist... So sieht es übrigens aus, wenn Revins halt Liegestützen macht. Leute, ich will, ich will doch nur... Was ist das denn? Was macht der denn? Was ist das? Was macht der? Was macht der? Oh, ich lasse mal alle Tasten los. Oh, ne, 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 dann räuchst du zurück. Nein, 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 nein. Okay, dann machen wir das Ganze halt nochmal von vorne. Kommt schon los. Wir machen jetzt einfach mal einen Speedrun. So, wir sind schon wieder am Fahrstuhl. Wer hätte es gedacht, dass wir hier so schnell vorankommen? Komm, jetzt springen wir einfach mal hier rüber. Das Ganze ruckelt noch ein bisschen. Ich muss das Ganze noch ein bisschen optitionieren. Hallo, komm jetzt hier rüber. So, und jetzt fahren wir das Ganze wieder zurück. Jetzt gehen wir hier nämlich runter in den Loch rein. Und da ist schon das erste Bein ab. Gibt es nicht auch irgendeine Taste, die einem sagen kann, ähm, dass man nicht so, nicht so viel Fallschaden nimmt oder so? Ey, das ist richtig gut. Wir haben noch nahezu gar keinen Fallschaden bekommen. Und jetzt hier haben wir auch geschafft, okay? Alter, wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind wieder in der echten Welt. Revenge. Oh. Freunde, zu sowas weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist doch... Kann es denn wahr sein? Kann er sich dann noch... Er kann sich halt nicht mal mehr bewegen. Mh! Das ist nicht Happy Wheels, das ist, äh, Angry Wheels. Freunde, ich habe mir jetzt gesagt, ein Level versuchen wir noch, damit die Folge auch nicht ganz so lang wird und ich eventuell dann in Zukunft auch mal eure Level spielen kann. Deswegen klicken wir jetzt einfach mal auf Play Now. Wir brauchen übrigens auch einen Namen für diesen kleinen Jungen. Schreibt mir mal einen Namen in die Kommentare, wie ich den nenne. kann und nicht irgendwie sowas wie Villager Buddy oder so. Wir brauchen einen richtigen Namen. Ich finde irgendwie den Namen, ich finde den Namen, äh, Baloo ganz cool. Ne, Baloo passt aber irgendwie nicht zusammen. Kleiden! Geht! Was ist das denn bitte? Nicht hingucken! Ich mach das für dich! Okay, wir machen jetzt einen kleinen Trick einfach mal, damit wir hier schnell weiterkommen. Und zwar den hier! Pfui! Immer mach das! Wuhu! Los! Uiuiui! Uiui! Nein, 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 nein. Timmer und ich machen einen tollen Ausflug. Da passieren komische Dinge, aber wir machen es einfach auf die gleiche Weise wie vorher. Und diesmal hat es geklappt und wir haben... Timmer! Der Vater hier ist ein richtiger Disco-Pumper. Der hat so viel Bizeps, Alter. Die sind schon die ganze Zeit einfach an Wackeln. Er will einfach zurück ins Fitnessstudio. Okay, da ist ne... Axt. Ich fass es echt nicht. Es kann... Kann es sein wahr sein, Freunde? Kann es sein wahr sein? Ich drück halt nichts und er macht das... Guck mal, was er von alleine macht. Was hab ich denn hier für Leute erwischt? So sieht das halt auch bei mir mal aus, wenn ich mit meinem Vater irgendwo unterwegs war. So hat das Ganze dann immer geendet. Kann auch nicht sein. Wir müssen jetzt irgendwie mal ein ganzes System hier mal irgendwie reinbringen. So. Wir sind jetzt hier drin und müssen jetzt irgendwie wieder raus. Das heißt, ich mach... Ich mach einfach... Komm, ich mach mal... Dammit. So. Ich bin draußen. Da ist die Axt. Die Axt haben wir weggekickt. Und jetzt hier einfach mal ein Speedrow. Komm da. Klacken wir hier einfach mal ganz schnell. Letzter Versuch, Freunde. Wir sind jetzt in diesem Raum drin. Ich würde sagen, wir steuern erstmal auf Timmer. Timmer geht sehr gut. Mir geht spitze. Ey, kann es sein... Was ist denn das? Was ist denn los mit diesem Level? Ich weiß, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Aber eventuell findet ihr das ja gerade witzig, wenn ich da drin nicht gut bin. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und wir machen das hier jetzt einfach mal... Wow! Ein Wheelie! Uiui! Oh, oh, oh! Tschüss! Wir nehmen einfach den Tisch mit nach draußen. Warum machen wir es denn nicht so? Wir können doch einfach mal da... Ne, es klappt doch nicht. So, die Axt ist weg. Und jetzt irgendwie schnell über die Brücke. Oh, wir haben es über die Brücke geschafft. Ey, ich will gar nicht wissen, was in diesem Level-Ersteller vor sich geht. Was der hier so alles macht. Da ist schon wieder eine Axt, sehe ich gerade. Kommen wir natürlich schnell dran vorbei. Hui! So! Okay, wir fahren ein wenig im Minecraft rum und sehen böse Teile. Und fahren einfach weiter mit dem Fahrrad. Und hoffen mal, dass wir nicht irgendwie sterben oder so. Freunde, das war es mit dieser Folge Happy Wheels. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich mehr Happy Wheels mache und das Ganze auch öfters hochlade und auch so bearbeite, dann zeigt es mir mit einer Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Tschüss! 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 Tschüss!